Heute ist unser Thema im Praxistalk Filmmusik und dafür habe ich mir drei erfolgreiche Filmmusik-Komponisten in die Sendung eingeladen. Los geht's! Herzlich Willkommen zu MusoTalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zum MusoTalk Podcast. Das ist mein Video einmal die Woche rund ums Thema Musik machen und dazu habe ich mir heute drei Gäste eingeladen. Und mit dabei ist der George Kochbeck. Hallo George! Guten Tag! Hallo! Du bist Komponist, Keyboarder und Sänger. Steht ja unten drunter, ja. Genau, das habe ich geschafft, das noch abzulesen. Aber primär bist du mittlerweile Filmmusik-Komponist. Ja, ja. Ich habe jetzt so ein kleines Jubiläum dieses Jahr. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Super! Kannst du mal ein paar Filme oder Sendungen nennen, wo du die Musik gemacht hast? Naja, also TV-Produktion hauptsächlich natürlich. Kino ist nur zweimal bei mir passiert. Von der Königsdisziplin Tatort, von den tausend, die es da gibt, habe ich erst vier machen dürfen, in Anführungsstrichen. Und ansonsten halt, wie du eben auch schon gesagt hast, also ziemlich viel Krimiserien. Soko Leipzig mache ich seit zehn Jahren. Und vermehrt auch sehr viele Vertonungen von historischen Dokumentarfilmen in den letzten Jahren. Historischen Dokumentarfilmen. Das hört sich gut an. Ja. Sind das diese Remakes, wo quasi so Re-Enactment gibt, wo dann sowas nachgespielt wird, wie... Ja, genau. Da sind dann Spielszenen eingebaut. Im besten Falle driftet es immer mehr Richtung Spielfilm. Ich habe gerade einen gemacht über den Matrosenaufstand 1918 in Kiel. Das ist schon fast Spielfilm. Da sind dann noch zwei oder drei Protagonisten drin, die ab und zu ein bisschen was erzählen. Aber es wird sehr viel geschauspielert. Ich hatte ganz kurz hier nur Schwierigkeiten, weil relativ leise bist. Bist du leiser geworden oder... Ich weiß es nicht. Nö. Ich rede eigentlich genauso laut. Alles klar. Cool. Wie eben auch. Mit dabei haben wir dann noch den Thorsten Queschnink. Regelmäßige Musotalk-Zuschauer kennen ihn schon. Er ist Composer, Musical Director und Synthesizer-Mann unter anderem bei Tangerine Dream. Hallo Thorsten. Hallo Internet. Hallo Non-Erik. Wenn man mal wissen will, was du so treibst, wenn es um Filmmusik geht, dann braucht man sich ja eigentlich nur ein Video bei Musotalk anschauen, wo du zeigst, wo du die Musik für Cargo produziert hast und wie du die gemacht hast. Genau. Richtig. Ist noch in der Datenbank, im Content-Owner bei Musotalk auf der Seite, glaube ich, und bei YouTube. Ja. Genau. Übrigens, Cargo ist... Die CD ist jetzt schon da. Ja, aber im Vorverkauf. Die kommt am 4.5., weil wir noch ein bisschen auf die Vinyl-Werke warten, dass das alles gemeinsam dann passiert. Der Verkauf. Denn Dream ist ja bekannt für Soundtracks. Haben ja schon in den 70er und 80er Jahren viel gemacht in der Richtung, ne? Richtig, in den 70ern angefangen, 80er, 90er, ich meine, 2011 bis 2013 haben wir ja auch GTA 5, die Spielemusik gemacht. Das waren 35 Stunden Musik in anderthalb Jahren. Und war ich, ja, das ist im Prinzip ähnlich wie Filmmusik, mit leicht anderen Parametern, die man einhalten muss. Okay, verstehe. Also zum Beispiel, es gibt keine großen Themen. Also es ist ja nicht mehr wie Tetris oder Bubble Bobble oder Super Mario, dass den Leuten irgendwie in 99 leveln, also bis zum Durchspielen dieselbe Melodie in dreieinhalb Minuten um die Ohren haust. Dass es bei einem GTA 5 Spiel, wo die Leute ein Jahr dran sitzen, wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Von daher gibt es dort eher rhythmische Strukturen, Texturen, Atmosphären, die immer leicht abgewandelt werden und das Loop im Hintergrund laufen, aber halt keine, also nicht das große vom Winde verweht Thema, das jedes Mal kommt, wenn man, weiß ich nicht, ein Auto öffnet, eine Autotür öffnet oder so. Gut, aber zu diesen Sachen, zu den Feinheiten werden wir ja gleich kommen. Aber erstmal muss ich natürlich den Stefan vorstellen. Hallo Stefan. Stefan. Ja, hallo, sei gegrüßt. Von der Weg, sei gegrüßt. Kann ich auch jetzt unten alles ablesen, ne? Stumm Film Musiker mit über 600 vertonten Filmen. Boah. Oh ja, da seid ihr noch auf der alten, auf einer alten Info. 950 sind es inzwischen. Ja, das macht eben sehr viel Spaß. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen Regisseuren rumärgern oder Produzenten, sondern die sind alle tot und ich kann machen, was ich will. Und ich mache es live. Also ich mache ja nur Live-Filmmusik. Also ich nehme das überhaupt nicht mehr auf. Habe dadurch natürlich alle Studiotricks, die man so zur Verfügung hätte, nicht. Aber ich mache Konzerte. Ich kann richtig Konzerte spielen und das ist Filmmusik. Und zwar nicht ohne Film, sondern mit Film. Und das ist was komplett anderes. Macht super viel Spaß. Also wirklich, bin da zufällig reingerutscht vor 20 Jahren und habe sozusagen mein Leben daran verloren. Ich mache nur noch das. Das heißt aber, jedes Mal, wenn du eine Vertonung machst, ist die ja einzigartig. Gibt es nur einmal. Weil du einmal, genau nur einmal so gespielt hast. Die ist nur einmal so, aber sie ist es trotzdem eine Komposition. Also wenn man sich in der neuen Musik ein bisschen auskennt, experimentelle Musik, so klingt das bei mir nicht. Aber das sind so Kompositionstechniken, die sowohl Kompositionen sind und gleichzeitig jedes Mal anders klingen. Jetzt einfach schwer, das genauer zu erklären, aber können wir vielleicht nochmal einsteigen. Aber es klingt jedes Mal anders. Und das liegt auch einfach daran, dass ich ein anderes Publikum habe. Ich bin jemand anders und das Instrumenten ist ein anderes. Und es ist aber auch so, dass meine Interpretation sich ständig weiterentwickelt, weil ich das irgendwie blöd finde, wenn ich jetzt einmal einen Film vertont habe und warum soll ich nächstes Jahr noch genauso spielen, wenn ich schon ganz andere Lebenserfahrungen oder Probleme gerade habe. dann möchte ich mich ja nicht auf die Problemsituation von vor einem Jahr einstellen. Also ich finde es viel authentischer, wenn man die Musik jeden Abend quasi neu schöpft. Es gehört ein bisschen Mut dazu. Ich gehe auf die Bühne, weiß noch gar nicht, welcher Ton kommt. Aber ich setze mich dann hin und denke, heute fange ich an mit Ass. Und dann spiele ich von Ass los. Ich hatte da tatsächlich auch schon mal Gelegenheit, dich live zu sehen hier in Berlin. Tatsächlich? Ja, 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 letztes Jahr. Wo, in Berlin oder wie? Ja, ja, ja. An der Kolonnenstraße in der kleinen Kapelle oder was das war. Ah ja, an der Friedhofstraße. Spielen Sie da alleine? Bitte? Ja, also am Sonntag... Spielen Sie da alleine oder wer spielt da mit? Also ich sage mal, die meisten Konzerte sind alleine am Flügel oder an der Kirchenorgel auch. Aber es gibt auch Konzerte mit Gastmusikern. Ich habe ein, das nennt sich das Berliner Live-Filmmusikorchester. Und da haben wir jetzt, ich habe gerade ein Festival am Laufen und am Sonnabend ist auch mit diesen Gastmusikern, also mit meinem Berliner Live-Filmmusikorchester vertrone ich zwei Filme. Mit Nosferatu, der bekannte Horror-Klassiker, da ist dann noch ein Chor dabei. Und um 18 Uhr vorher gibt es noch ein zweites Konzert. Das sind Avantgarde-Filme. Also richtig abstraktes Zeug. Reine Kunst, reiner Film, absoluter Film. Und komplett gegensätzliche Welten mit zwei Konzerten hintereinander. Also genau, es gibt mit Gastmusikern Besuch zum Orchester, aber das meiste mache ich alleine. Wobei dann, wenn du mit Orchester spielst natürlich oder mit Gastmusikern, dann musst du dieses Improvisatorische, von dem du eben gesprochen hast, was ja mein Leben lang in meiner Musik auch schon immer der Ansatz gewesen ist. Wenn man Jazz spielt oder wenn man Jazzrock spielt, dann heißt das ja, dass man keinen Bock hat, jeden Abend dasselbe zu spielen, sondern sich jeweils auf seine Stimmung einzulassen und das dann dementsprechend anzupassen. Aber wenn man dann mit Orchester spielt oder Leuten, die halt Noten haben, dann wirst du das ja wahrscheinlich dann irgendwo reduzieren müssen oder nur in bestimmten Bereichen machen. Anders als wenn man allein spielt. Das stimmt, aber es sind bei mir keine Improvisationen. Das habe ich vorhin gesagt, es sind schon feste Kompositionen noch, wenn die jedes Mal anders klingen. Es ist auch kein Jazz, es klingt eher wie eine Mischung aus Pink Floyd und Beethoven, so mal grob gesagt. Und es geht auch mit Gastmusikern. Also ich habe eine Technik entwickelt, wie ich selbst mit dem Chor das hinkriege. Das ist sogar eigentlich ganz einfach, aber es geht. Ich weiß gar nicht, warum das nicht andere Leute auch mehr machen, aber man muss eine gewisse Kommunikationsform haben, die dann funktioniert. Und das geht schon. Ja, ja, das ist also mein liebstes Kind jetzt zwei oder drei Jahre. Ich finde das total interessant. Das wusste ich von dir gar nicht, dass du das machst. Weil ich habe seit ein paar Jahren eben halt auch ein größeres Ensemble, mit dem ich dann live auftrete und diese Filmmusiken live spiele. Und eben genau das versuche mit den Leuten, die es gibt einerseits Musiker, die spielen also nach festen Noten oder haben zum Teil dann zwar schon feste Noten, aber nicht genau festgelegt, an welchen Stellen die dann was spielen. Also das ist dann, dann dirigiere ich das und versuche aber eben halt auch, das nicht exakt immer jeden Abend dann vom Blatt runterzuspielen, wie es ursprünglich mal aufgeschrieben ist, sondern da dann halt Veränderungen reinzubringen. Also das meinte ich mit dem Improvisatorisch. Nicht, dass man völlig frei empfindet. Aber auf der Basis dessen, was man mal gemacht hat. Ja, nee, nee, das ist, meine Musik funktioniert da glaube ich anders. Wir haben zum Beispiel auch keine vorgegebenen Harmonien oder so, wie im Jazz, wo man sagt, wir haben eine vorgegebene Harmoniefolge und da improvisieren wir jetzt drüber. So mache ich das nicht. Also es ist ein ganz anderer Ansatz von Herangehensweise. Ich kann das jetzt so, weißt du, wir sind ja noch eigentlich in der Vorstellungsrunde. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht mal irgendwo noch eine Schrippe holen gehe oder einen Kaffee trinken gehe oder so, während George das hier übernimmt. Wir müssen uns mal separat sprechen, glaube ich. Ja, George, du musst gleich auch ein klein bisschen, kannst du dich da noch ein bisschen lauter machen vielleicht bei dir? Nee, ich habe hier voll Stoff. Ich weiß gar nicht, wie ich das, warte mal, ich kann hier im Input, glaube ich, noch das Mikrofon lauter machen. Das probiere ich jetzt mal hier. Derweil mache ich eine kurze Vorankündigung. Heute ist ja wieder Donnerstag und zwar der erste. So, jetzt bin ich laut. Ja, besser, genau. Erster Donnerstag im neuen Monat und da machen wir den sogenannten Real-Life-Stammtisch und zwar im Junction-Café hier in Berlin. Und vielleicht kommt ja auch der Thorsten heute Abend, ne? Ja, naja, ist es immer lustig, Kneisenauer Straße oder Kneisenauer Straße eher. Ja, und ich komme immer sehr spät vorbei, aber naja, bis der, halb elf oder so. Dann kannst du auch lange bleiben dann, oder? Genau, richtig. Ja, traurig, aber nein, ich kann ja beginnen, wann ich möchte und ob das jetzt 36 oder 57 ist, kann ich mir selbst halten. Kannst du dir aussuchen, ne, oder? Genau. Genau, richtig. Da kann jeder vorbeikommen, es gibt keine Agenda, kein Programm, es wird nur dummes Zeug gequatscht, was getrunken, wir sind gesellig, kommt einfach rum. Thorsten, du was, wir haben uns ja auch da kennengelernt, ne? Ne, Quatsch, wir haben uns ja auf der NAM Show 2006 kennengelernt, sorry. Ja, 2008, genau, ein merkwürdiges, ja, ich weiß, ein, ja, ich glaube, ein merkwürdiges Video war das, auf der NAM in Anaheim, genau, 2008. Genau. Aber, genau, und eigentlich, zu viel Information, aber um mich dafür zu entschuldigen, bin ich, glaube ich, 2014 Mal zur Talkrunde gegangen, um Hallo zu sagen und Entschuldigung für das merkwürdige Video. Genau. Ähm, auch noch möchte ich mal kurz drauf eingehen, auf Kommentare zur letzten Sendung, da gab's, da hab ich ja angerichtet, hab gesagt mal, wie findet ihr meinen Mikrofonsound? Ähm, mir ist dann auch dabei natürlich klar geworden, dass ich letzte Woche immer schön in die, in die Kapsel reingepustet habe, das werde ich heute versuchen mal zu vermeiden, denn so ein Mikrofon wie hier, wie das Sennheiser, das muss man auch richtig besprechen, ne? So, wenn man da einfach so rein spricht, hab mal poppen. Ihr könnt mal sehen, wie das heute ist. Ich hab auch ein Video gemacht, zum Thema Videoton, das kommt am Montag, und zwar hab ich einige Videos retten können mit RX6, und, äh, das könnt ihr dann mal hier sehen. Und bei dem Video, bei dem es um schlechten Videoton geht, hatte ich auch noch einen schlechten Videoton, sodass ich den Videoton, in dem Video, über den schlechten Videoton, dann nochmal verbessern musste, wollte, konnte, hatte dann aber leider, äh, die Autorisation für mein RX6 Advanced verloren, oder überschrieben. Aber, wie gesagt, zum Thema, äh, Videoton gibt's dann am Montag von mir ein Video. So. Ich glaub, bevor wir jetzt richtig losliegen, müssen wir leider erstmal Werbung machen. Kurz unterbrechen, dann geht's weiter, und dann diskutieren wir erstmal, was ist das eigentlich? Filmmusik. Ready? Ready? Oh, 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 oh für die Zuhörer da draußen thematisieren, worin unterscheidet sich denn eigentlich Filmmusik von Umusik? Was ist denn da der grundsätzliche Unterschied? Erstmal ist es natürlich eine andere, hat die Musik in einem Film eine Funktion? Wie äußert sich das? Wie würdet ihr sagen, unterscheidet sich jetzt normale Unterhaltungsmusik von der Filmmusik? Man sieht das ja auch öfter auf YouTube, Leute haben ein Video gemacht über Kochen, Bücherrezessionen oder irgend sowas und knallen dann irgendeine Musik drunter, die total nervt, die gar nicht passt, das funktioniert einfach nicht. Was ist das Grundmerkmal von Filmmusik? Für einen Musiker, der jetzt sagt, Mann, ich mach doch Musik, hab schon einen Platten gemacht, trete auf, möchte jetzt auch ins Genre Filmmusik überwechseln, mich interessiert das. Was musst du erst mal verstehen, damit er überhaupt loslegen kann? Also ich glaube, die beste Filmmusik ist eine, die man nicht hört. Der Film ist ja das Entscheidende, du hast ja auch schon gesagt, dass die Musik hat eine Funktion, wenn es Filmmusik ist. Und sie muss insofern funktionieren, als dass sie die Atmosphäre, die die Bilder hat, vielleicht beim Stummfilm ist es was anderes, wird der Stefan wahrscheinlich was anderes erzählen. Genau. Aber in meinem Fall ist die Atmosphäre, die Dialoge, das, was vorne ist, die Story, das ist ja das, was man sieht. Und die Musik, die dazu kommt, darf ja nicht davon ablenken, sondern hat eben halt diese Funktion, das höchstens zu unterstützen. Insofern sage ich dann immer, wenn die Musik richtig gut war, im besten Falle hat man sie eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen. Was weiß ich, bis auf die großen Themen, vielleicht bei den großen Hollywood-Filmen. Aber gerade bei deutschen Filmen geht es ja eher um Reduktion, sonst würde man diese Bilder, die ja diese Größe nicht haben, in den meisten Fällen irgendwie kaputt machen. Und dann gibt es von der Struktur her, aber da kann man natürlich irgendwie Seminare darüber machen, ganz grundsätzliche Unterscheidung zwischen Filmmusik und zwischen normaler, populärer Musik. Die Struktur als solche ist eine ganz, ganz andere. Du hast ja nicht, wie bei einem Popsong, so eine Abfolge von Strophe und Intro und Refrain und so. Diese Kleinteiligkeit würde bei Filmmusik gar nicht funktionieren. Und man hat deutlich weniger Akkord- Schritte, würde ich auch nochmal so als erstes allgemeines Ding sagen. Nicht so viele Wechsel, es passiert viel auf einem und demselben Grundton. Und dann gibt es komischerweise irgendwie so typische Harmoniewechsel, wo man dann immer gleich sagt, ah ja, das ist Filmmusik oder das ist auf jeden Fall etwas, was in Popsongs nicht passiert. Also wenn du Blues spielen würdest, bist du wahrscheinlich ziemlich unfilmisch, aber wenn du zwei Moll-Akkorde, die sich durch eine kleine Terz unterscheiden, hintereinander hängst, hast du gleich das Gefühl, oh wow, das klingt ja irgendwie filmisch. Interessant. Levan, du musst da wieder sprechen oder? Also ich wollte erst mal Thorsten das Wort geben. Achso, wie ihr mögt. Also es ist natürlich also richtig, man muss im Prinzip ja Musik im Dienste des Bildes machen. Sofern, also man nicht die zweieinhalb Minuten irgendwann in der Mitte kriegt, wo man mal machen kann, was man möchte und um welche Zeitrafferaufnahmen durchfahren und man sich ausleben kann, muss man natürlich schon im Hintergrund bleiben und die Sache unterstützen. Unterstützen heißt nicht immer einhergehen mit dem Bild, sondern auch Kontrapunkte unterstützen das Bild ja auch, wenn man es möchte. Absolut, ja. Genau und gerade länderspezifisch ist wirklich ein großer Unterschied, glaube ich, was amerikanisches, englisches, skandinavisches, deutsches Fernsehen macht oder halt Film. Gerade was ich ja auch die Skandinavier, das ist halt momentan sehr, sehr modern, was die was die Jungs und Mädels da machen. Das ist im Prinzip ja, Streicher, Spreitstimmung mit mit schönen Knackser dazwischen, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und die großen Themen sind vollkommen richtig, müssen auch großen Bildern angepasst werden. Das heißt, das ist also der große, der große Tusch oder irgendwie die, weiß ich nicht, was nicht, Star Wars Melodie passt nicht in einem, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter sozialer Wohnungsbau Berlin Szenario. Das sollte man vielleicht weglassen, aber es ist eigentlich viel mehr erlaubt als in der Popularmusik. Vollkommen richtig, die Formen sind deutlich freier, also das ist halt auch dem Bildschnitt unterworfen, wenn man es so macht. Und ja, also ehrlich gesagt, für meine eigentliche Musik ist der Unterschied vielleicht nicht ganz so groß, liegt aber auch daran, dass ich ja kein Radiopop mache in einem anderen Leben, sondern wenn man irgendwas Gutes, Abgedroschenes über meine eigentliche Musik sagen möchte, wäre es zum Beispiel auch der Film im Kopf, der entsteht, wenn man die eigentliche Musik hört, was ja aber fernab von dreieinhalb Minuten Radiopop ist. Okay. Beim Stefan ist es ja so, da gibt es ja schon mal keine Dialoge, oder? Ja, ich habe auch schon Sachen mit Dialogen vertont, die trotzdem Stummfilme waren, also aber das stimmt, ich habe da deutlich mehr Freiheiten, aber ich wollte mal auf was anderes eingehen. Deine Frage war ja sehr allgemein, was macht Filmmusik aus? Und obwohl, was Georg gesagt hat, ich eigentlich alles unterstützen kann, ist trotzdem das Gegenteil genauso wahr. und das heißt, dass er eine Antwort gegeben hat, die sehr viel über Filmmusik erklärt, aber wenn die Frage so allgemein war, wie du sie gestellt hast, dann finde ich, muss man eigentlich sagen, so, dann ist es, dann stimmt das so nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Filmmusik ist dann gut, wenn sie nicht gehört wird und das soll auch für deutsche Filme gelten, das würde ich nicht sagen. Es gibt also auch Filme, die kein großes Star Wars Thema haben, gibt es trotzdem in sehr vielen Filmszenen, wo die Musik komplett übernimmt, wo fast auch gar kein O-Ton mehr drunter ist, bis zu gar kein O-Ton, das sind fast wie Stummfilmszenen, die gibt es immer wieder. Allein in fast jedem Tatort kommt eine Disco-Szene vor, wo die Musik extrem präsent ist. Da transportiert sie auch kein Gefühl, sondern einfach die Szene, ich bin in der Disco oder so. Also es gibt für jeden, für jedes Beispiel gibt es ein Gegenbeispiel. Und die Strukturen, klar, ich kann einen Popsong im Film unterbringen und dann ist es Filmmusik. Das heißt, die Strukturen von Popsongs und Filmmusik können sich unterscheiden, müssen sie aber nicht. Da würde ich Thorsten zustimmen, das nennen größere Freiheit. Also alles, was im Popsong funktioniert, funktioniert auch in Filmmusik, denn ich kann Popsong im Film unterbringen. Damit ist das sozusagen, wenn man es so allgemein sieht, wie du gefragt hast, dann, ich weiß nicht, ob das interessant ist, das so allgemein zu sehen, weil wir wollen vielleicht auch mehr über spezielle Themen sprechen, aber wenn man es so allgemein sieht, muss man immer sagen, hm, dann ist das sehr schwer, den Unterschied wirklich zu definieren. Okay, aber ich möchte es einfach sagen, mein Versuch wäre zu sagen, im Unterschied zur Popmusik oder auch zur ernsten Musik hat in der Filmmusik jeder Ton eine Bedeutung, die sich auf etwas anderes bezieht, was nicht sie selbst ist. Also wenn ich jetzt Popmusik mache und ich mache einen neuen Akkord, dann hat dieser Akkord nur eine Bedeutung innerhalb der Musik. Mal abgesehen davon, dass viel Popmusik eben auch zum Tanzen da ist, dann hat es plötzlich auch noch eine externe Bedeutung. Aber nehmen wir das mal raus. In der Filmmusik hat jeder Ton, bezieht sich auf den Film, egal ob er das will oder nicht, er tut das einfach. Und das kann ich optimieren oder nicht. Und daran kann ich Spaß haben oder nicht. Also das kann sich sowohl auf die Bilder beziehen, aber auch auf die Bedeutung, auf die Metaphysik, auf irgendwas. Aber jeder Ton steht nicht nur für sich. Das wäre meine Definition. Oder mein Versuch. Okay. Wenn wir jetzt das generell geklärt haben, dass es eine andere Funktion hat, dass die Musik nicht für sich alleine stehen kann und und und, wäre jetzt noch die Frage, es gibt ja eigentlich noch so zwei grundsätzlich verschiedene in meiner Wahrnehmung Arten von Filmmusik in einem Film. Es gibt die Themen, die vielleicht ohne Dialog funktionieren, wo so Aufbruchstimmung, wir fahren jetzt durchs Land, so, da wird eine Stimmung kreiert, eine Emotion kreiert und dann gibt es diesen sogenannten Subdialog. Da kannst du natürlich nichts zu sagen, Stefan, aber vielleicht ja... Was ist denn eigentlich Subdialog? Subdialog ist für mich die klassische Filmmusik. Das ist nämlich, glaube ich, das, was George sagt, die Musik, die man nicht hören darf. Weil wenn man den Subdialog wahrnimmt, dann stört er schon. Und es gibt tatsächlich auch Filme, die ich mir manchmal anschaue, wo ich sage, nee, kann ich nicht weiter gucken. Mich nervt das, dass alle Bilder mit so einer Art Gewürzmaggie-Soße unterfüttert sind in den Dialogen, die mir ganz extreme Emotionen aufdrücken. Und das ist dieser sogenannte Subdialog. Und dann gibt es ja die Themen, die Filmmusik-Themen, wie bei Halloween. Ding, 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 ding. Das ist so ein Thema, das ist auch, unterstützt den Film, aber wäre ja kein Subdialog. Was ist das, Subdialog? Das Subdialog ist... Bitte. Ich nutze, Herr Georg. Also, Subdialog ist auch wiederum nur ein Teilbereich aus Filmmusik. Und alles das, was ich eben gesagt hatte, waren ja auch nur einzelne Teilbereiche, die ich rausgenommen habe. Insofern stimmt das. Und auf der anderen Seite stimmt das, was Stefan gesagt hat, hat letztendlich auch. Es gibt alle möglichen Bereiche, in denen Musik in einem Film stattfinden kann. Und natürlich gibt es auch, was du, Thorsten, du eben gesagt hast, diese zweieinhalb Minuten Zeitraffer in der Mitte, wo man das immer ganz toll findet, wenn man den Spot dann hat, da kann es natürlich auch einen Popsong unterbringen. Und da wird oft gerne, werden da Popsongs angebracht. Es gibt aber auch den Bereich, dass man also einen Song nimmt, das habe ich auch schon ab und zu gehabt, ist eigentlich immer mein Liebstes. Der findet in dem Film statt und hat auch inhaltlichen Bezug auf das Thema, was der Film hat. Und dann nimmt man Teile aus diesem Song und setzt die instrumental an anderen Stellen ein oder man fabuliert weiter oder setzt sie fort oder nimmt nur bestimmte Teile von dem Song, die dann in anderen Bereichen passieren. Und bei Subdialog, glaube ich, stimmt eher das, was ich eben gesagt habe, dass die Musik manchmal dann am besten ist, wenn man sie nicht hört, weil da ist es ja in der Tat so, dass man will natürlich auf den Dialog achten und will wissen, was geht da jetzt irgendwie gerade ab. Das sind dann immer so Stellen, wo ich dann manchmal immer denke, ach du meine Güte, jetzt kommt wieder irgendwie eine fünfminütige Verhörszene, was soll ich da bloß machen? Bei Soko Leipzig kommt das öfter vor, weil die immer weniger Geld haben für Actionszenen. Und da ist es dann manchmal schwieriger als bei einer Actionszene zum Beispiel oder bei dem großen Aufmacher, wo du ein großes Thema hast, weil du kannst da nicht mit so großen Themen arbeiten. Du musst aber schauen, dass die Musik auch eine Art, die darf ja nicht nur statisch sein. Du kannst ja nicht einfach nur den Brummton da unten drunter legen und das war dann irgendwie die Subdialogszene. Nein, im besten Falle musst du natürlich erst mal, guckst du dir das ein paar Mal an und schaust, worüber reden die denn da eigentlich? Und wo ist der Climax? Also wo ist dieses, wo führt dieses Verhör jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu dem einen bestimmten Höhepunkt, wo der Kommissar endlich rauskriegt, aha, der war gar nicht der Mörder oder so. Und um das dann mit zu verfolgen über diesen Zeitraum, das ist etwas, was manchmal schwieriger ist, wie gesagt, als so die große Nummer zu fahren. Ja, um jetzt so praxisbezogen, ich meine, bei Dialogszene gibt es halt verschiedene Probleme. Also zum einen sollte man einfach darauf achten, dass einfach die Frequenzen der Sprache nicht so zugemüllt werden. Aber zum anderen den großen deutschen Abgeordneten in Hollywood zu zitieren. Der sagte mal, dass das Lustige ist, wenn du so, also es gibt auch den einen Satz wie John Williams oder sowas im Prinzip komplett in dem Film einfach Musik drunter zu legen und dann den anderen Leuten die Chance zu geben, es rauszublenden, wenn man auch Stems gibt oder so, wann sie wollen. Finde ich auch gut. Ich meine, okay, mag man jetzt, für mich ist bei Star Wars im dritten Teil der größte, der größte Moment, wo es auf einmal ruhig ist und man nur Darth Vader's Atem hört. Aber das ist vollkommen egal. Die Sache ist, normalerweise sitzen die Cutter und die Musikschneidenden sehr lange am Schnitt, bevor sie Musik hören. Und dann kommt ein neues Element, dann ist die Musik. Und das ist durchaus der Grund, warum es zum Teil zu laut gemischt wird, weil sie den anderen ein bisschen überdrüssig hören. Also sie sehen das und mischen das neue Element wirklich lauter, als es zum Teil auch dem Film gut tut. Einfach weil es für sie neu war in dem Augenblick. Also im Prinzip ist es im Gegensatz zu jedem Bühnenmusiker, der Satz mach mal die Musik leiser oder meine Spur, ist da sehr wichtig, weil meist wird es von den Entscheidenden sogar ein Tick so laut gemischt. Okay. Also aus Erfahrung auch. Also die beste Situation ist die, die beste Situation ist immer die, wenn man mit seiner Musik schon da ist, bevor der Film überhaupt gedreht wird. Das habe ich bei ein paar Regisseuren, Gott sei Dank jetzt schon ein paar Mal erleben dürfen, dass eben halt nicht man in die Situation kommt, dass man erst als Musiker gefragt ist, wenn der ganze Film schon komplett geschnitten ist, sondern im Vorfeld schon selber die eigenen Musiken eingebracht hat und so. Und übrigens, also meine Erfahrung ist auch die, dass bei vielen Filmen, dass die nicht ohne Musik schneiden, sondern eigentlich eher im Gegenteil, dass die von vornherein schon Musiken haben, aber dann eben halt diese sogenannten Tamtracks und speziell für Abnahmen mit Redakteuren oder so, ist es oftmals oder meistens in den meisten Fällen wichtig, dass die Musik drin ist, weil die sonst sich nicht vorstellen können, wie der Film eigentlich funktioniert, weil das Abstraktionsvermögen bei einigen Redakteuren in Deutschland nicht so ausgebildet ist. Und dann hat man das Problem anschließend, andere Sachen zu machen, zu wollen natürlich, und dann ist es oftmals schwierig, für viele Leute das nachzuvollziehen, dass die Musik, dass es eben halt auf einmal eine andere Musik ist, weil man sich schon so an diese ursprüngliche Musik gewöhnt hat, weil die drin waren in den Filmen. Gibt es auch. Ja, das ist gefährlich. Ich würde gerne auch, Thorsten, du bist ja unser Community-Beauftragter heute, mal auf die eine oder andere Frage noch eingehen. Vorher machen wir ganz kurz eine Werbepause, da kannst du mal ganz kurz nachschauen und dann beantworten wir jetzt ein oder zwei Fragen, die jetzt konkret genau auf dieses Thema auch abzielen. Ob du auf der Suche nach einer Zukunft in der Musikbranche bist oder deine eigenen Produktionen einfach viel besser klingen sollen, mit dem Multimedialen Kurssystem von Hofer kannst du alles erreichen. Hofer Complete, die komplette Tontechnik-Ausbildung, nur 2,52 Euro pro Tag. Jo, hier sind wir wieder. Thorsten, der Community-Beauftragte ist weg, dann mache ich das mal. Ja, der holt gerade. Aber vielleicht fragt nochmal, oder ich habe sonst auch noch zu deiner vorherigen Frage noch einen Kommentar. Ach ja, okay, okay. Ja, willst du den nicht jetzt schon mal lieber gleich abdrücken, bis der Thorsten wieder da ist? Ja, genau, das könnten wir das Loch füllen. Also ich habe zwei Sachen. Und zwar, das eine ist, wenn man über Filmmusik redet oder auch liest, also es gibt ja genügend Literatur und Bücher darüber, dann geht es meistens, und das hatte ich ja bei unserem Talk bisher auch so ein bisschen das Gefühl, darum, um die Frage, welche Musik passt zum Film. Und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht die eigentliche Frage. Denn ich kann zu derselben Szene 15 verschiedene Musiken machen, die passen alle zum Film. Und sagen aber alle was vollkommen Verschiedenes aus. Und deshalb, glaube ich, geht es um eine andere Frage. Und zwar, wir können da nachher mal Beispiele auch benennen, so verschieden, dass es ein anderer Film wird. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht die Frage, weil die alle passen. Die Frage ist, welche Musik passt zum Publikum. Das ist bei mir ganz präsent. Und weil das Publikum bei den meisten nicht da ist, oder wenn ich die Musik komponiere, ja auch nicht, wäre dann die Frage, welche Musik passt zu mir. Und da wird das dann, finde ich, entscheidend, weil ich dann keine Verantwortung übernehme. Wenn ich nur der Meinung bin, in dem Film ist der Klimax da, also unterstütze ich das, dann übernehme ich dafür keine Verantwortung. Dann lasse ich die Verantwortung dem Regisseur, dem Präsidenten oder was weiß ich was und übernehme nicht die Verantwortung, dass dieser Klimax vielleicht eine Aussage bildet, der ich überhaupt gar nicht zustimmen kann. Aber ich kann mit demselben Bildmaterial den Klimax auch woanders hinsetzen und schon passt die Aussage zu mir oder schon habe ich die Aussage, die mir da nicht gefällt, karikiert oder irgendwas. Also deshalb würde ich sagen, die Frage, welche Musik passt, die muss man an sich selbst orientieren und man muss auch die Verantwortung übernehmen, dass man was unterstützt hat. Also ich kann nicht einen Film, der meinetwegen militaristisch ist, vertonen, wenn ich das überhaupt gar nicht dieser Meinung bin. Da tut sich in mir alles weh. Ich kann das natürlich unter bestimmten Voraussetzungen machen. Ich kann den Film vertonen, aber nicht so, wie ich es tun würde, wenn ich jemand anders wäre. Aber da habe ich jetzt ein ganz anderes Verständnis gehabt, Stefan. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Regisseur bestimmt, wie diese Szene sich anfühlen muss, welche Emotionen darüber kommen. Das ist ja sein Film, seine Bilder. Und du bist nur Dienstleister und musst jetzt in der Lage sein. Vollkommen richtig. Da unterscheiden wir uns halt kolossal. Das liegt natürlich daran, dass meine meisten, die meisten Regisseure, mit denen ich zusammenarbeite, halt tot sind. Aber ich habe ein paar Tonfilme gemacht und das hängt auch von deiner Einstellung ab. Wenn du als Dienstleister an die Sache rangehst, kommt eine Dienstleistung raus und das hört das Publikum. Und das ist genau das, was ich so langweilig finde. Im Fernsehen, im Kino, im deutschen Film. Dann bist du halt der Dienstleister, der hat diese Bilder halt irgendwie vertont. Toll. Aber wenn du eine Meinung hast und sagst, ich mache das so und so, dann klappt das auch. Ich würde mir aber als Regisseur zu weit gehen. Ich würde dich nicht engagieren, weil da hätte ich Angst. Nein, kann sein, aber guck dir Niki Reiser an. Niki Reiser ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filmkomponisten und da hört man der Musik an, dass das komplett nicht sozusagen dem Film hinterher spielt, sondern einfach ein vollkommen eigenes Statement zum Film ist. Und das war extrem erfolgreich. Er macht nicht die meisten Filmmusiken. ein Glück nicht, aber er macht einige der Besten. Und wenn die Filmkomponisten nicht aufstehen und sagen, ich bin was anderes als ein Dienstleister, dann sind sie eben auch noch ein Dienstleister. Okay. Na gut, dann können wir nämlich auch gleich zur Frage kommen von Cornel Hecht, bei mir hinterlassen, auf meiner Facebook-Seite. Mich interessiert, ob man den kompletten Film bekommt oder schon mit fertigen Szenen beliefert wird. Und kann man vorproduzieren, also Ideen sammeln oder fängt man wirklich bei nun an? Und jetzt ist der Filmproduzent beim Komponieren ab und zu anwesend, würde ich jetzt eher sagen, nicht der Produzent, sondern der Regisseur. Dann kommt von Carsten Broadcast Storm, so als regelmäßiger Making-of. Seher kann ich das eindeutig mit Ja beantworten. Cornel Hecht, Ja auf was? Wie geht denn das? Also ich habe mir das, Thorsten, ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich dich jetzt engagiere für meinen Film, du sollst dazu ein Thema entwickeln oder einen Subdialog für Szenen entwickeln, dann spreche ich doch mit dir und versuche dir zu kommunizieren, wie sich das nachher anfühlen soll. Soll sich das Thema elektronisch anfühlen, treibend oder eher Ich bin doch im Prinzip der Auftraggeber und eigentlich der, der am Ende mit diesem Werk leben muss. Rede ich doch am besten mit dir gleich, bevor ich anfange an dem Film zu arbeiten. Das ist richtig. Ich glaube, das ist auch, das ist fast so eklig Luxus, aber auch im Prinzip gefangen. Ich glaube, also bis auf zwei Anfragen, die ich dann auch abgesagt habe, wissen die Leute, wenn sie mich anwenden, Anfragen, was sie auch bekommen. Also ich bin jetzt auch nicht so versatil aufgestellt, dass ich irgendwie alles machen kann. Ich habe zum Beispiel, da gab es eine Anfrage, mach mal was wie, ich weiß nicht, Chicago Hip-Hop. Also selbst die Einschränkung, ich kenne nicht mal Hip-Hop in dem Sinn, also dass ich mir ein ganzes Album mal angehört hätte, wenn es nicht The Streets sind oder sowas. Aber ich bin da einfach nicht drin in der Nummer. Von daher habe ich das abgesagt, weil es können andere Leute viel, viel besser. Ich glaube, wenn nicht angefragt werden, wollen die schon elektronischen Sounds haben mit Streicher, so diese Post-Rock-Geschichten, so diese Anfragen kriege ich. Thorsten, kurz, das verstehe ich ja auch. Ich würde dich ja auch engagieren und sagen, ja, ich möchte diesen Sound haben. Ich kenne den Cargo-Soundtrack, ich kenne deine Picture-Palace-Music-Sachen, die Tangerine-Dream-Sachen. Ich sage, ja, das ist genau das, passt super. Aber wenn ich jetzt eine konkrete Szene habe, jetzt angenommen, zwei Leute laufen die Straße lang, unterhalten sich, ich sage, ich brauche da so einen Sub-Dialog, der so ein bisschen Spannung suggeriert. Da kannst du ja nicht kommen und eine fröhliche Musik drunter machen und sagen, oh ja, habe ich, aber ich habe das anders gefühlt, tut mir leid. Das ist es. Du hast Tangerine-Dream bestellt, jetzt kriegst du fröhlich. Sorry. Funktioniert das so nicht, oder? Genau. Nee, nee, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, da ist es bei mir auch so ein bisschen vielleicht zeitintensiver, als ich habe normalerweise gerade im Beginn der Zusammenarbeit hier und da Szenen, die ich fünf, sechs Mal mache, verschiedene Versionen, sowas in dir. Das heißt, die ersten fünf Minuten, das ist meist so aus verschiedenen Gründen nicht der sinnvollste Einfall, eigentlich mit dem Anfang zu starten in der Arbeit, weil das, man muss sich auch erst mal finden und auch die eigene Stimme im Film erst mal herausarbeiten. Also manche Szenen mache ich dann fünf, sechs Mal, biete verschiedene Sachen an. Mit meinen Leuten, wer es auch immer ist, auch das ist der Artist Director, der Cutter, der Regisseur, der, da gibt es ja genug Leute, die sich da irgendwie auch, jeder hat auch eine eigene Meinung und bei kleineren Filmen gibt es auch Leute, die alle drei Positionen in einer Person darstellen. Viele Skype-Konferenzen, wir haben eine gemeinsame Dropbox, wo ich im Prinzip auch gleich reinarbeite und sind immer auf dem neuesten Stand, was die Schnitte betrifft und auch meine Version und stimmen uns dann natürlich ab. Also ich werde jetzt nicht auf, sage ich, Teufel komm raus, irgendwas durchdrücken, was der Regisseur nicht mag. Bei Cargo gab es halt wenig Sachen. Also zum Beispiel, genau hat man drüber gesprochen, Sachen, die halt auf der CD einfach, wo ich denn der Meinung bin, da ist das aus meinem Bereich rausgenommen wurden, aber im Film drinbleiben und sei es halt eine 808 Tom-Spur, die ich vielleicht sehr unten, aber die brachte mir ein bisschen Energie, wollte der Regisseur haben, bekam er auf dem Soundtrack Fails, im Film ist es drin. Gut. Aber schöne Grüße an Cornel übrigens. Okay. Der Steinberg-GUI-Designer ist das. Ah. Unter anderem und halt NAVE und für Waldorf und so weiter. Cornel Hecht macht die, also halt die Plugins, die Benutzeroberflächen. Vielen Dank an den Kommentarschreiber, ne? Hast du denn noch neue Kommentare aus dem Netz fischen können für uns? Fragen? Ja, genau. Ob jetzt Popmusik in Filmmusik wäre oder Popmusik innerhalb eines Films. Stimmt beides. Da schrieb auch einer in den 80er Jahren, ist fast in jedem Film Popsongs. Ich meine, wenn wir das Highlander 1 nehmen mit dem kompletten Queen-Soundtrack mit Who Wants to Live Forever und was da alles drin ist, das war im Prinzip auch, das floss ineinander über. Ich meine, das würde ich nicht auf die 80er reduzieren. Ich meine, wenn wir jetzt die großen Filme aus dem, oder weiß ich gar nicht, wann das genau war, also sowas wie Breakfast at Tiffany's und die oberen 10.000 und so weiter, da sind ja riesige Songs drin, die wirklich nur für den Film geschrieben wurden, natürlich aber Popmusik ist, wenn man irgendwie Summer of the Rainbow nimmt oder, ach, ich mag die total gerne, dieses High Society auch mit Sinatra und Armstrong und sowas. Das wurde ja direkt für die Filme geschrieben, aber im Prinzip da wahrscheinlich war die Idee des Films, die Musik zu transportieren. Also im Prinzip war es ein anderthalbstündiger Musikclip. Also natürlich gibt es da Vermischungen und natürlich, wie auch George sagte, natürlich übernimmt man halt, also gerade auch, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Breakfast at Tiffany's, laufen natürlich die Harmonien von Summer of the Rainbow auch, wenn sie nicht auf dem Fensterbrett mit der Gitarre sitzt und denen dann anstimmt, sondern einfach auch in verschiedenen Geschwindigkeiten, in verschiedenen Tonarten, einfach, dass man ja trotzdem die Intervalle dann im Prinzip erfüllt, dass es das Thema ist und so. Das ist, also im Prinzip, da gibt es auch keine Antwort. Also Popmusik in Filmen ist auch, ist sowohl Popmusik im Film als auch Filmmusik. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ich bin ja mal der, man ist abstrakt offenbar hier. Ich würde die Unterscheidung, die du vorhin gemacht hast, es gibt auch eine andere große Unterscheidung und das ist bei der Filmmusik die sich entwickelnde Musik, wie würde ich sagen, kennen wir aus der Symphonie oder so, also Musik, die sich weiterentwickelt, die ihre Themen immer verändert und so, das ist glaube ich die eine Hälfte der Filmmusik und die andere Hälfte der Filmmusik hat Strukturen wie Viertaktigkeit und so, also am Song abgeguckt. Und unabhängig, also etwas abstrakter, ob das jetzt ein Popsong ist oder ein Klavierstück, sind das einfach zwei grundsätzliche musikalische Welten, die in Filmen vorkommen und mit denen man auch sehr gut spielen kann. Also wenn man einfach die Szene am Strand hat, wo das Wasser kommt und geht, die Wellen, da kann man sowohl eine, ich sag mal eine Wellenmusik als kleines Klavierstück haben oder sonstige Besetzung, dann ist das trotzdem in einer viertaktigen Struktur und sagt, was ganz Bestimmtes macht was mit dem Film. Aber ich kann auch in einer sich entwickelnden Struktur bleiben, dann habe ich diese Subtext-Ebene, die du meintest, die dann vielleicht was ganz anderes sagt, die vielleicht sagt, es ist nicht so in Ordnung, wie es zu sein scheint oder so. Also ich glaube, die beiden gedanklichen Unterscheidungen, die bringen einen oft weiter, weil einem das auf eine Idee bringt. Weil ganz oft macht man den Fehler, dass man immer Filmmusik machen will, die so, wie wir jetzt bisher gesagt haben, Filmmusik, die muss sich so entwickeln, die muss was Subtextmäßiges machen, muss sie gar nicht unbedingt. Und oft gibt es einen ganz neuen Ansatz zu sagen, nee, ich probiere mal eine viertaktige Sache, vielleicht auch mit einem Motiv, was so klein ist, dass es nicht ablenkt, aber trotzdem ein Motiv ist oder so. Oder eben andersrum. Jemand, der sehr viel in Songstrukturen arbeitet, kann man sagen, okay, jetzt mache ich mal was, was überhaupt gar nicht mit acht Takten losgeht oder so. Hier gibt es noch eine konkrete Frage von... Und jetzt haben wir den Witz an... Ja. Entschuldigung, bei der Songstruktur hast du nach, nicht nur, dass sich alle vier Takte was ändert, sondern du hast diese Sache mit dem Halbschluss, dem Ganzschluss, also nach acht Takten hast du so eine Zwischenzäsur, diese Gliederung, die überträgt sich auf die Bilder. Und das tut sie bei einer entwickelnden Musik nicht. Also du hast ein ganz neues Element, was man sonst so nicht hat. Also ohne Mickey-Mousing zu sein. Okay, von Sebastian Dorn kommt hier noch eine sehr konkrete Frage. Wie wichtig sind Tonsatzkenntnisse? Ich meine, spielt man einfach die Musik ein oder setzt man sich hin und bildet Tonartfolgen, die man dann zum sinnvollen Instrumentensetting benutzt? Das ist völlig nebensächlich. Das ist komplett egal. Also ich muss ja nochmal, was Stefan vor 20 Minuten oder so nochmal gesagt hat, diese Geschichte mit, ist man Dienstleister oder wenn man Dienstleister ist, dann hat man im Grunde genommen von vornherein schon verloren, wenn man sich da nur irgendwie irgendeinem Diktat von einem Regisseur oder was da gar ja was unterwirft. Letztendlich entscheidend ist doch die Idee, die man hat. Und natürlich ist es dann, wenn du keine Idee hast, kannst du auch nichts erfinden. Dann bleibt dein Blatt halt irgendwie leer. Und du musst irgendwie einen Baukasten haben. Und man hat auch eine bestimmte, man entwickelt, glaube ich, im Laufe der Jahre eine bestimmte Stilistik. Und es stimmt dann auch, was Thorsten gesagt hat, man wird dann halt dafür auch angefragt. Also mich würde auch keiner anfragen, wenn er einen Hip-Hop-Soundcheck würde haben wollen, weil ich bin jetzt auch nicht so der Spezialist oder sowas. Man hat dann so eine gewisse Art, eine Stilistik vielleicht sogar oder irgendwas Eigenes, was man entweder in die Wiege gelegt gekriegt hat oder im Laufe der Jahre halt entwickelt hat. Aber es ist diese Idee, diese ursprüngliche musikalische Idee, die man haben muss, bevor man anfängt. Und das ist für mich auch wichtig, bevor ich so eine Filmmusik mache, das rauszufinden, dann in Gesprächen mit dem Regisseur, was will der eigentlich? Wo will der hin? Und dann unterhält man sich über Beispiele und sowas und versucht dann halt, was zu entwickeln. Irgendeine Art von Besonderem, irgendwas eigenständig, irgendwas Neues oder so. Sonst macht es auch irgendwie keinen richtigen Spaß, wenn man da jetzt nur was unten drunter legt, was letztendlich alle anderen irgendwie auch machen könnten oder was nicht so großartig von Bedeutung ist. Und diese Taktigkeit, was hier eben noch gesagt hat, das wollte ich noch zum Schluss dazu sagen, hier so rein theoretisch. Das ist zum Beispiel meiner Erfahrung nach auch ein großer Unterschied zu Popmusik, dass man da, weil man ja, also wenn man im Nachhinein erst auf den Schnitt arbeitet und nicht der Schnitt an die Musik angelegt wird, öfter mal dann in Situationen kommt, wo man dann auf diesen bestimmten Climax hin was macht, wo dann der Schnitt ist oder der Climax in dem Bild oder wie auch immer. Und das muss oder ist in vielen Fällen nicht so, dass es ein normaler Vierviertel ist oder ein Dreiviertel. Das kann dann plötzlich auch mal sieben oder neun oder dann plötzlich auf ein Achtel irgendwie liegen, wo man von dem Rhythmusgefühl, was man so normalerweise entwickelt, wenn man also an einem Popsong arbeitet oder an einem etwas linearen Stück, wo man das anders machen muss, als das sonst geht. Okay, da würde ich sowieso gleich nochmal zu kommen, zu den technischen Herausforderungen, die gerade das Filmmusikproduzieren zum Beispiel auch an Technik benötigt. Hier ist aber noch eine interessante Frage von Fabio Keller gekommen. Mich würde interessieren, wie man es schafft, eine bestimmte Stimmung überhaupt musikalisch auszudrücken, also ganz praktisch. Zum Beispiel Lydisch für Fröhlich, Ganztonleiter und so weiter, gibt's das? Ich brauche jetzt was Trauriges, dann brauche ich Moll und das und das. Gibt's da so Schubladen? Ich glaube, das ist abgelöst worden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich meine, wenn wir jetzt Popbeispiele nehmen, Tears in Heaven und die das Migration von The Cures und den D-Dur und das hätte man vielleicht, das sind jetzt nicht fröhliche Stücke vom Ansatz her. Von daher, der da jetzt Regeln, das... Das gibt's nicht, ja. Es wäre zu simplifiziert am Ende des Tages, glaube ich. Also im Prinzip funktioniert es schon. Also das C-Dur vielleicht fröhlicher ist als G-Moll, aber das ist jetzt, funktioniert bei vielleicht 65 Prozent. Also ich glaube, das ist auch eine Sache vom Komponisten, wenn der seine Sprache hat... Das ist auch mal ein großes Problem zum Unterscheiden zwischen Melancholie und Traurigkeit. Ja, genau. Nee, ich meine nur, wenn der Komponist seine Sprache hat, in seiner Klangwelt ist das eben so und so, dann kann er das auch in der Filmmusik benutzen. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, das gilt für alle Filmmusikkomponisten, da wird's, glaube ich, dann falsch. Also da hat Thorsten einfach recht, dazu haben wir zu viel verschiedene Musik inzwischen gehört, alle, als dass man sich darauf so zurückbegeben müsste. Okay. Gut, wollen wir vielleicht für die restliche Zeit noch ein bisschen auf die technischen Herausforderungen oder was man so Equipment-mäßig oder Software braucht, um diese Elemente zusammenzubringen? Was George ja gerade gesagt hat, war ja schon mal interessant. Wenn ich jetzt einen Film habe, lege den jetzt hier in meinen Cubis irgendwie an, habe ich ja einen Taktraster, das ist fest. Jetzt habe ich aber mehrere Taktwechselstellen, die irgendwie überhaupt gar nicht mehr in dieses Zeitraster reinpacken. Muss ich dann praktisch auf Time-Sample-Basis arbeiten in meiner DAW? Wie mache ich das mit dem Film, dass der parallel läuft? Was sind denn technische Gerätschaften und Techniken, die man braucht, die über das hinausgehen, was man für Popmusik braucht? Was brauche ich denn zusätzlich noch? Wenn ich morgen sage, ich will jetzt auch Filmmusik machen, brauche ich irgendwie einen Zuspieler, ein Quicktime-Player-Programm, ein Video, wie geht das? Na, die meisten... Ich meine, George, womit arbeitest du? Ja, also ich arbeite mit Steinberg. Ja, ich auch. Ich bin ja schon... Ich kenne ja Charlie und Manne schon seit Ursprungszahlen. Ich habe mit denen ja auch früher schon Musik gemacht, bevor sie diese Firma überhaupt gegründet haben und war immer mit einer der Ersten, also als es noch Pro24 hieß. Non-Eric kann sich an die wunderbaren Zeiten erinnern, die wir auf den Frankfurter Messen hatten, wo wir diese ersten Systeme vorgeführt haben. Also ich bin Steinberg-Jünger der ersten Stunde und benutze Cubase nach wie vor oder mehr denn je und versuche immer ein oder zwei Stunden unten drunter zu bleiben, also nicht immer die neueste zu benutzen, weil never change a winning team. Das funktioniert bei mir sehr gut und ich habe halt zwei verschiedene... Also ich arbeite insgesamt über vier Rechner, habe mir erzählen lassen, es gibt Kollegen, die arbeiten über 20, also da bin ich ja glaube ich noch ziemlich harmlos dabei und habe drei verschiedene Rechner verbunden miteinander über Vienna Ensemble, sodass ich auf all die Ressourcen und die Libraries, die in den Computern sind, halt über einen Rechner zugreifen kann und ein zusätzlicher spielt innerhalb von Cubase den Film ab und der kriegt dann MTC und ist über MTC, also synchronisiert. Da mache ich das. Ja, ich meine, das ist sehr ähnlich. Also ich benutze jetzt weniger Computer dafür, aber halt sehr viel Output-Synthies. Also von daher, ob der Synth jetzt ein Computer ist oder ich meine auf dem Plugin auf dem Computer läuft oder ich den Synth selbst benutze, ist kein großer Unterschied. Ich benutze ja auch nicht so viel Bibliotheken aus Gründen. Ja, ich meine, mit Cubase funktioniert das gut, da braucht man nichts Besonderes. Ich meine, Quicktime wurde jetzt irgendwie verändert, das funktioniert eigentlich immer und wenn irgendwas nicht richtig läuft, packt man das in Premiere oder was ich nicht, es geht auch mit Movie Maker und hofft, dass es dann nicht irgendwie zu sehr gestaucht wird und zu viel, weiß ich nicht, Jitter hat. Das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und komvertiert das halt so lange, bis es halt passt, also meist passt. Also ich habe eine Firma, die schickt mir immer etwas Merkwürdiges. Ich habe das aber auch nie angesprochen, weil das komvertiere ich und fertig und es klappt. Aber sonst geht das ziemlich einfach. Man legt es an, ich meine, um auf längere Zeit, also ich meine, ich mache es mir vielleicht so einfach, um auf längere Zeit mal einen neuen Achtel zu entgehen oder sowas, wenn ich es nicht möchte, mache ich sehr viel mit Tempoänderungen und langsame Verläufe. Das funktioniert aber jetzt, das ist wahrscheinlich zu tief in Synthie-Ecken, aber nicht mit allen Geräten, weil manche spinnen, wenn man den allmählichsten, was ich, ein Accelerando oder ein Retendando, Radentando gibt, die, also durch diese ganzen Kommastellen, die entstehen in den Clocks, manche machen ganz absurde Sachen. Ist okay, wenn man hier und da so ein bisschen eine Schnellsound einfließen lassen mag, aber es ist nicht direkt beabsichtigt, aber das ist auch jetzt nebenbei. Aber wie gesagt, viele Tempoänderungen. Ist dann der ganze Film in einem Song oder sind das mehrere Fragmente, die du dann noch zusammensetzt? Oder ist der ganze 90-Minuten-Film in einem Cubase-Song? Ja, der ist in einem Cubase-Song. Genau, ein paar Sachen outsource ich dann auch einfach nur immer aus Bug-Situationen heraus. Also zum Beispiel eben, ich habe drei TR8s und die funktionieren einfach mit Einzelausgängen nur bei ASIO. Da ich auf PC-Basis bin, muss ich das denn kurz einrechnen auf einen anderen, weil ich keine Lust habe, diese ASIO-Geschichte jedes Mal umzuschalten, weil es auch absurde Sachen mit meinen Soundkarten macht. Also das ist der Grund, warum ich dann zum Teil einzelne Stücke, wo halt beim Computer drin vorkomme, einzeln rausrechne. Ja, es ist halt okay. Und für Aufnahmesituationen mit Orchestern mache ich mir schon Stamps, weil das ist dann, ich meine, bei mir sind es dann, weiß ich nicht, das sind ein paar hundert Spuren, drei, vier hundert Spuren bis zum Ende, weil es auch viel kleiner Sachen Zeugs ist. Und wenn dann die Streicher kommen, ach, da möchte ich auf Nummer sicher sein und mache dann einfach kurz einen Mix und nehme es dann im anderen Arrangement auf und ziehe es dann später rüber. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Und genau, dass es ein Song ist. Ja, also das ist, finde ich, eine entscheidende Frage. Also ich arbeite mit Logic und das liegt auch daran, dass ich finde, dass da schönere Noten rauskommen, wenn man für Orchester arbeitet. Aber beide, Steinway wie Logic hat, finde ich, das Problem, dass es immer nur ein Tempo gibt. Also man kann nicht Multi, also mehrere Tempis gleichzeitig haben für verschiedene Spuren. Und nun kann man sagen, wann kommt das denn vor? Das kommt sehr häufig vor. Denn wenn ich ein Layer unten drunter habe, was für den Hörer gar kein Tempo hat, dann könnte ich das einfach hinlegen. Und dann wie in Grafikprogrammen gibt es ja diese Textkasten. In Word zum Beispiel den Textkasten. Also ich habe Text auf der Seite, aber ich kann auch einen Kasten mit Text machen, den ich überall hinschieben kann. Und so einen Kasten bräuchte ich, würde ich mich freuen, in diesen Sequencer-Programmen mit einem eigenen Tempo. Dass ich ein Stück Notenblatt quasi auf den Grundsong verschieben kann, ohne jetzt immer zu gucken müssen, wie viel Tempowächse brauche ich, damit das ungefähr hinkommt. Und dann ist aber für alle anderen Spuren auch dieses Tempo vorgegeben. Aber so arbeite ich überhaupt nicht. Also ich habe durchaus meinen Layer unten, der das über mehrere Szenen geht und seinen eigenen Ideen folgt. Und dann habe ich darüber eine Struktur, die man jetzt Komposition nennen könnte, die verschiedene Tempo haben kann. Und das finde ich, das fehlt dem Programm noch so. Das kommt so selten vor in der Popmusik. In der neuen Musik gibt es das sehr viel. Die arbeiten aber nicht mit diesem Programm. Also ist das, finde ich, so ein Loch. Da würde ich mir wünschen, dass man Lieder, also richtig komplette Songs in einem Song übereinander schieben kann, wie so ein Textfeld. Okay, und gleich der absurde Workaround. Okay. Wenn man von Tempobasis im Prinzip die eine Spur einrechnet und im Prinzip das so anlegt, wie man mag, mit allen Änderungen oder den nicht vorhandenen Änderungen, dann, wenn man fertig ist mit der eigentlichen Spur, die auf Zeitbasis umschaltet, und bei der anderen auf Tempo, dann müsste das gehen, ist natürlich nicht elegant. Das geht bei Logic genauso. Aber das ist mühselig. Ja, absolut. Das ist mühselig. Du hast dann zu dem Zeitpunkt, wenn du mit Noten basiert arbeitest, hast du in dem Originalding nur noch Grütze. Das sind ja dann keine Noten mehr. Das heißt, du musst dann immer hin und her schalten zwischen diesen beiden Tempo-Versionen, nur um was eigentlich total Einfaches, denn die Glock, die unten drunter läuft, ist ja, wenn das jetzt nicht sozusagen super, super schnell wäre, dann könnte ich mir das technisch vorstellen, aber technisch ist das kein Problem. Das ist nur einfach nicht programmiert worden, dass man verschiedene Zeitzahldarstellungen in einem System hat. Das ist richtig. Verbesserungsvorschlag für Neuendung. Den kenne ich auch, den mache ich jetzt auch. Wie bitte? Verbesserungsvorschlag für Steinberg und Neuendo. Genau, genau, genau. Was brauche ich noch? Nichts sonst. Eine Riesen-Library eventuell, oder ich nehme ganz viele Outboard-Synthesizer. Geht auch. Hört man aber von vielen Filmmusikkomponisten, dass die doch einen riesen fetten Rechner brauchen oft, mit schnellen Festplatten, weil da viel mit Orchester-Libraries gearbeitet wird, die dann auch lange laden. Ob die Festplatten-Libraries abspielen, oder die Streicherspuren von der Festplatte, die aufgenommen wurden, abspielen. Das macht nun keinen Unterschied. Also schnell muss es so oder so sein. Schon. Ja, aber sonst geht das eigentlich mit handelsüblichen, also handelsüblichen, also mit einem i7, also ein, zwei Dinge und so, dass das geht schon. Also gerade für kleinere Filme, man fängt dann jetzt nicht wahrscheinlich mit einem Spielfilm an, sondern die meisten fangen dann vielleicht mit irgendeiner kleinen, was ich nenne, mit einem Kurzfilm an. Und das ist dann auch gut, da entstehen nicht so viele Daten bei, was ich nenne, zehn Minuten. Das, das geht alles. Und die Programme sind ja auch, da hat sich ja eine Menge getan in den letzten Jahren. Das ist ja fernab von irgendwie, ich meine, in den 90ern noch mit MTC auf andere Systeme, die dann mitliefen und so weiter. Das geht ja alles im Prinzip in einem System. Zum Schluss habe ich noch eine... An Niki Reiser, um das nochmal zu sagen. Niki Reiser hat jenseits der Stille komponiert mit einem Vierspur-Rekorder und einem Roland-Soundmodul. Aber das geht auch deshalb, weil er das natürlich nicht aufgenommen hat. Er hat damit ja nur seine Komposition gemacht und hat es dann ja von einem Ensemble einspielen lassen. Also wenn das Budget da ist, das ist natürlich immer schwierig für einen Anfänger, aber dann hängt es nicht so sehr von deiner Technik ab. Das muss man auch sagen. Das hängt eben von deinem Musikstil ab. Wenn du eben wie Thorsten gerne mit 100 Spuren arbeitest, dann mach das, dann hast du aber auch die Technik. Und wenn du aber neu anfängst und meinst jetzt, du müsstest dir ein System mit 100 Spuren oder mehr oder 400 hinstellen, dann wirst du an der Technik ertrinken. Das ist ganz klar. Du musst Musiker sein und deine Arbeit so weitermachen. Alter Orchester-Spruch, dem Notenblatt ist die Temporo-Enderung erstmal egal. Weil sie dirigiert wird. Ich würde allen Anfängern auch immer erstmal empfehlen, mit einem Vierspurrekorder zu arbeiten. Das finde ich ist eine entscheidende Erfahrung, die wir wahrscheinlich alle in den 70ern gemacht haben, wo man irgendwie wahnsinnig viel mitmachen konnte. Ganz abgesehen davon hat man irgendwie, auch wenn man mit einem Tonband arbeitet, nicht das Problem der Latenzen. Das ist eigentlich bei mir immer das Problem. Dass der Rechner einfach tierisch schnell sein muss, damit man so weit wie möglich mit den Latenzen runterkommt, damit man überhaupt in Realtime in den Rechner reinspielen kann. Weil richtiges Realtime ist es ja irgendwie nie. Weil es ist ja mindestens ein Versatz von 1, hau mich tot, irgendwie Millisekunden immer. Und gerade wenn man langsame Sachen einspielen will, oder gerade wenn man nicht quantisieren möchte, gerade wenn man dieses Problem mit den Tempoänderungen oder den verschiedenen Tempi, die parallel laufen, dadurch umgehen kann, indem man halt spielen kann und das einfach in Realtime einspielt. Weil dann musst du ja nicht da irgendwie ständig das Raster ändern, sondern du spielst es einfach stumpf drauf und fertig ist die Lauge. Ja, geht aber manchmal gar nicht, weil wenn der Rechner dann schon irgendwie 25 Spuren verarbeiten muss und 34 Plugins dahinter hängen, dann geht da so derartig in die Knie, dass du dann bei irgendwie 6 oder 7 Millisekunden bist und dann kannst du nicht mehr in Realtime spielen. Also das ist bei mir eigentlich dann eher immer das Problem. Weil du dann schon so viel Last auf deinem Rechner wünschst und der mindestens eine SSD hat, wo das System drauf ist und von daher irgendwie halt das schneller wegschaufeln kann. Also ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, wird der Komponist zunehmend dazu gezwungen, das eigene Tonstudio auch zu sein, also komplett fertig abzuliefern? Oder kann man noch so arbeiten, wie ich sage mal früher, dass der Komponist die Komposition liefert und das dann aber in einem anderen Studio eingespielt wird? Und das ist einfach eine Frage von Effizienz und Kosten im Gegensatz zu, ich muss alles können. Das ist immer das Problem. Also man kann sehr viel machen, aber man muss es dann auch können, man braucht das Know-how. Und schaffe ich das jetzt, mir noch zusätzlich ans Bein zu binden, mein eigenes Tonstudio zu sein? Oder gehe ich zu einem Freund, der es kann? Okay. Oder? Ja, richtig. Oder? Ja. Ich glaube, wir haben auch jetzt schon eine Stunde getalkt. Das ist jetzt auch genau der richtige Punkt. Und vielleicht für einen Teil 1, vielleicht gibt es da draußen ja, da frage ich mal unsere Zuschauer, Bedürfnis, noch mehr darüber zu erfahren, über das Thema Filmmusik. Da machen wir gerne nochmal in der gleichen Runde einen zweiten Teil. Wenn euch das Video hier gefallen hat, auf jeden Fall ein Like geben, den Channel abonnieren. Müsst es aber nicht. Ne? Bleibt trotzdem kostenlos, bleibt kostenlos online, alles wunderbar. Und das Aufgabe für euch da draußen am Netz, vertont dieses Video und schickt es Non-Eric mit einer Stunde Filmmusik im Hintergrund, die ihm nicht auffällt, wenn er spricht. Genau. Und dann, und der Gewinner kriegt dann beim Live-Read-Stammtisch eine Packung Haribo. Oh, geil. Geil, geil. Ja, das ist ein Challenge, oder? Das war die große Überraschung heute. Das ist ein Music-Talk-Challenge. Tonen Sie eine Stunde Podcast, Video-Podcast. Das ist nicht schlecht. Genau, dann hat doch jeder... Wenn Sie das können, sind Sie für jede Doku ganz groß im Rennen. Und jeder Teil, also jeder hier in unserer Runde bekommt dann auch vom Filmkomponisten so ein eigenes kleines Thema. Ne? Immer wenn er spricht, so im Untergrund, so drunter so, ne? Ich wünsche mir eins mit einem Cubase-Click. Generiert nur aus dem Cubase-Click. Ein kleines Thema für mich. Das wäre mein Wunsch. George, du hattest aber auch noch einen Wunsch, den du verkünden wolltest in der Runde unbedingt. Ich wollte die Plattform nutzen und die Millionen Zuschauer oder Hörer, die dabei sind, fragen, wenn einer Interesse hat. Ich suche gerade im Moment einen neuen Assistenten. Der Letzte ist mir abhandengekommen, oder die Assistentin, weil sie an ihrer Karriere arbeitet. Und ich mache das schon seit einigen Jahren so, dass immer junge Leute hier sind. Einer war mal ein Jahr da, manchmal nur vier Wochen oder drei Monate oder wie auch immer. Das ist bei mir eine ziemlich durchwachsene Geschichte, was also Assistent bedeutet. Das sind irgendwie jede Menge Sachen. Man muss auch zum Beispiel Auto fahren können und die Kinder von der Schule abholen können und sowas auch. Aber eben halt auch sich mit Cubase auskennen, mit Computern. Gerne auch irgendwie Noten, gerne auch ein anderes Instrument spielen, weil Keyboard kann ich selber spielen. Also einer, der Gitarre spielen kann oder Bass. Finde ich immer geiler. Und ja, gerne mir eine E-Mail schreiben und dann würde ich mich dann melden. Dann geht man bei dir auf georgekochbett.com, schiebt dir dann über die Seite eine Mail. Vielleicht interessant, in welcher Stadt das ist. Genau, soll ich auch noch fragen, ja. Ich wohne total auf dem Plattenland, in der Nähe von Hannover, am Steinhuder Meer. Ja, schön. Also Leute, die zu mir kommen, können dann auch bei mir bleiben. Kost und Logis ist frei. Ansonsten gibt es nichts weiter. Ich habe gehört bei amerikanischen berühmten Kollegen, da muss man Geld mitbringen. Also bei Hans Zimmer, wenn man da als Assistent arbeiten will, kostet das, glaube ich, 5.000 Dollar im Monat oder so. Also von daher bin ich, glaube ich, super günstig. Das ist gut. Und du hattest ja schon mal auch einen Erfolg, indem du hier in unserer Sendung einen Praktikanten gesucht hast. Das hat ja schon mal geklappt. Vielleicht hast du ja diesmal wieder... Es hat schon, ja, es hat schon, ich glaube, es hat sogar zweimal schon geklappt, dass dann Leute, die das hier verfolgt haben, dann anschließend bei mir Assistenten geworden sind. Würde mich sehr freuen, wenn es wieder klappt. Ja. Wünschen mir viel Erfolg bei der Suche. Ja. So, Stefan, jetzt kündige mal deine nächsten Stummfilm-Konzerte noch zum Ende hier an. Oh, das ist aber lieb. Also, jetzt diesen Samstag, 3. März, spiele ich diese Avagat-Filmprogramm um 18 Uhr und Nosferatu um 20 Uhr mit Live-Filmmusikorchester und Chor in der Passionskirche in Berlin in Kreuzberg. Und nächste Woche, Samstag, am gleichen Ort, zeige ich Berlin, die Sinfonie der Großstadt und einen total abgefahrenen Lubitsch-Film, geradezu unverschämte Interpretation der französischen Revolution, der heißt Madame Dubéry. Und dann die Woche drauf spiele ich, es gibt hier in Berlin eine große Ausstellung, die heißt Von Monet bis Kandinsky. Und das sind tatsächlich die 15 großen modernen Künstler. Jeder als Film mit seiner Kunst in einer animierter Form. Das läuft in Berlin schon seit vielen Monaten mit einem Soundtrack. Und jetzt haben die mich gefragt, mach doch mal einen neuen Soundtrack, der live funktioniert. Das mache ich dann also die Woche drauf, ich glaube Donnerstag bis Samstag. Das ist um den 15. März. Klasse. In der alten Münze findet das statt. Alte Münze gegenüber vorm Roten Rathaus. Vielleicht komme ich mal rum, Stefan. Ja, gerne, gerne. Großstadt-Sinfonie würde mich interessieren. Ja, das ist wie gesagt, nächsten Samstag, 10. März, Berlin in der Großstadt, 18 Uhr. Ein klasse Film, ein wirklich klasse Film. Thorsten, jetzt zu dir. Okay, ich glaube der März ist recht locker, also beziehungsweise halt in der Rumreiserei, nicht in der Arbeit. Die nächsten Konzerte sind am 13.04. im Händelsaal Halle Saale, 14.04. Dresdner Philharmonie. 12.05. Duisburg Theater. Zwischendurch sind wir dann auch in England. Union Chapel zwei Tage. London am 23.04. Und ja, es kommen ein paar Alben raus. Wie gesagt, Cargo läuft der Vorverkauf. Und das ist am 4.05. Jetzt am 7.02. gab es ein Session, zwei Albumen bei Tendron Dream. Und ja, wir würden mich freuen, irgendwen auch bei den Konzerten zu sehen. Ja. Der Stefan hat schon Feierabend gemacht. Da machen wir das auch, ne? Der kommt gleich zurück, genau. Ob er das noch schafft bis zum Abspannen? Was meinst du, Thorsten? Ich werde ein bisschen Zeit schinden und dann ist er auch gleich wieder da. Genau, und er ist auch zum Abspannen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Entschuldigung. Ich meine, wichtige Aufträge müssen angenommen werden, oder? Das kann man sich nicht erlauben, in so einem krummeligen Podcast mitmachen und dann die dicken Deals nicht annehmen. Also das ist klar. Da haben auch die Zuschauer volles Verständnis für. Ja, ja, ja. Aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Und ich bedanke mich beim George Kochbeck, dass er endlich mal wieder dabei war. Ja, ich bedanke mich auch. War Spaß gemacht. Beim Thorsten, dass er wieder dabei war. Ja, ich hab's gedankt. Und beim Stefan, dass es das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal dabei war. Danke, Stefan. Oh ja, vielen Dank auch. Und ich sag jetzt nur noch, make more music mit Musial Talk. Bis zur nächsten Sendung in deinem Browser. Tschüss.